Ja, dann darf ich alle soweit recht herzlich begrüßen, liebe Zuschauer und liebe Zuschauerinnen aus unserem Trading Floor in Frankfurt und ich hoffe, ihr seid soweit gut in den Handelstag gestartet. Ja, zu Beginn etwas enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Der DAX konnte zumindest gestern nachbörslich Richtung 13.600 Punkte soweit marschieren. Wir waren guter Dinge gewesen, dass dann endlich mal dieser lang erwartete Ausbruch auf der Oberseite zumindest mal heute gestartet wird und ja, der erste Blick heute auf den Monitoren. Wir waren wieder exakt unter der Marke knapp von 13.500 Punkte. Zwischenzeitlich sind wir noch mal Richtung 13.440 Punkte zumindest mal konsolidiert. Die alles entscheidende Frage ist jetzt, während wir unsere Sitzung hier machen, kommen ja noch die ZEW-Daten raus. Vielleicht kommen da noch mal ein bisschen stärkere Impulse auf der Oberseite raus. Aber wichtig ist natürlich zu wissen, wenn es nicht nachhaltig jetzt mal die nächsten kommenden Tage mal signifikant mit viel Druck nach oben raus geht, müssen wir natürlich mit berücksichtigen, dass es zu eventuellen Konsolidierungsphasen kommt und der DAX möglicherweise erstmal seine tieferen Bewegungstiefen nochmals aufsuchen kann. Will heißen, die Liquidität wird gesucht, die Kraft wird gesucht, wo zumindest mal der Markt wieder Kraft sammeln kann, um eventuell dann mit dem 26. Anlauf, so muss man das formulieren, eventuell über die 13.600 drüber hinaus zu laufen. Okay, ist der DAX. Wir haben uns heute Morgen noch mal mit unserem gesamten Team ein paar Werte etwas genauer angeschaut und da ist uns natürlich die Hugo Boss Aktie etwas stärker aufgefallen. Nicht nur, dass sie heute Zahlen gebracht haben und vor allem aber auch als Tagesgewinner im MDAX platziert ist. Nein, wir haben ja mit unter anderem auch hier beim Aktionär-TV schon letztes Jahr im Monat, November dürfte das gewesen sein, so die ersten Sendungen, die wir gemeinsam gemacht haben, die Hugo Boss schon als Kaufempfehlung soweit besprochen und da gab es natürlich mehrere Statements von unserer Seite aus. A, zum einen, dass es eine sehr, sehr starke Turnaround-Aktie ist, bedingt dessen, weil sie ursprünglich knapp von 120 Euro korrigiert hat, Richtung der Marke fast auf 40 Euro, also ein absoluter Hingucker nach so einer starken Korrektur und vor allem aber aus charttechnischer Sicht uns die Aktie relativ gut gefallen hat, aufgrund dessen, weil eine lang anhaltende Seitwärtsbewegung stattgefunden hat und wir mit unter anderem gesagt haben, okay, lasst uns mal zusammen alle News raussuchen und die Hugo Boss uns etwas genauer anschauen. Was spricht dafür? Und ganz klar, das abgeschlossene Quartal 4, das hatten wir natürlich primär so ein bisschen auf den Fokus gehabt, das Restrukturierungsprogramm, dass Arbeitsplätze abgebaut worden sind, aber auch einige Stores ebenfalls mitgeschlossen worden sind, das heißt, Hugo Boss hat natürlich alles daran gesetzt, zumindest mal dagegen zu wirken und das hat sich natürlich dann, ja, aufgrund des Q4-Geschäfts deutlich dann auch sehen lassen und ja, der sensationelle Schub heute von sage und schreibe fast 5%. Lasst uns am besten mal direkt in den Chart schauen und zwar könnt ihr schon relativ gut erkennen, das ist jetzt hier der Wochenverlauf, das heißt also pro Kerze eine Woche, das war diese lang anhaltende Seitwärtsbewegung von 42 Euro und wir hatten ja von Heavy Traders das prädestinierte Ziel, was ebenfalls auch gleich abgedeckt ist mit den Analysten-Einschätzungen, da werde ich auch gleich nochmal etwas näher darauf eingehen. Aktuell notieren wir knapp bei 45,90 Euro, das ist natürlich ebenfalls sehr, sehr gut, der Aufschlag heute von fast 5% und ja, das heißt jetzt, was tun bei diesem aktuellen Lauf. Das war es erstmal von der charttechnischen Seite. Es gibt natürlich sehr, sehr viele spannende Nachrichten und vor allem Analysten-Heraufstufungen, die wir uns natürlich in der Sondersetzung heute wieder etwas genauer anschauen wollen. Dazu haben wir uns, wie gesagt, viele interessante Argumente rausgepickt, aber auch vor allem den Trade, den wir ja im Monat November soweit besprochen haben. Da gab es ein dazugehöriges Zertifikat, was wir um 1,33 Euro empfohlen haben. Da steht aktuell im Moment knapp bei 1,70 Euro, also sage und schreibe über 30% soweit zugelegt und wir bleiben auch weiterhin investiert und sehen auch die Kursziele auf der Oberseite Richtung 56 unter Vorbehalt. Wir werden natürlich das persönliche Kursziel noch weiter nach oben aufstocken. Warum, weshalb? Das erfahrt ihr natürlich in der Sondersitzung um 12 Uhr. Wo? Vollkommen richtig unter www.heavytraders.live. Einfach kostenfrei registrieren. Dann seid ihr auch direkt bei uns in dem Livestream Handelsfloor soweit mit als Teilnehmer dabei und könnt uns dann nochmal über die Schulter schauen, was den Chart betrifft, was die einzelnen News betrifft. Da haben wir einiges für euch vorbereitet. Lohnt sich auf jeden Fall mit dabei zu sein. In diesem Sinne freue ich mich um 12 Uhr, wenn ihr dann mit dabei seid und weiterhin gute Trades, gutes Gelingen und bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.